Das muss ich nicht weitermachen, oder? Hallo! Na ihr beiden? Prima! Frau, ich muss noch ein bisschen weiterfühlen. Irgendwie bleibst du, oder gehst du nochmals? Nur Trimma, ihr wisst nie. Hh-h-has, ihr wisst nie kreis? Na, wo sind die Fliegemänner? Na, da ist der Tippi Fliegemann, da ist der Tippi Fliegemann, prima! Frau, hier muss man mal die warme Luft anmachen. Das ist der Tippi Fliegemann. 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 Emi, Frosch, du musst jetzt einfach hier mal Haarspray sprühen, musst du mal die Augen zumachen, ja? Na, schlechte Position. So, warte mal, die du mal da hin. Sonst verkleben deine Flügel nachher, hm? Das will ja keiner.